So Freunde, weiter geht es mit dem Plug-Tail Innocence. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir gucken mal ganz kurz, ob wir irgendwas leveln können. Nein, uns fehlt ein bisschen was. Das ist natürlich schade jetzt. Dann können wir aber eigentlich direkt weiterlatschen, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Bock. Ich werde dir helfen. Ja. Ich hoffe, ihr habt Bock auf eine neue Folge, Freunde. Wenn es der Fall ist, gerne auch unterschätzen, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Sollen wir trotzdem weitergehen? Ja. Wir sind so weit gekommen. Es wird schon gut gehen. Bleib in meiner Nähe. So Freunde, weiter mit der Rappenklage hier. Ich, ich weiß es nicht. Oh, das wird knapp. Das schaffen wir mit dem letzten Feuer quasi. Wie war das? Glaubst du wirklich? Ja, wir, wir sind in ihrem Nest. Dann werden sie gern schön wütend sein. Das hast du gut erkannt, kleine Hugo, kleine Hugo. Ja, Freunde, ey, wie gesagt, habt ihr Bock, dass wir es bis Rikiem durchzogen? Können wir gerne machen, Freunde. Die Luft, sie brennt im Hals. Das wird ein Knaller geben. Der Nachfolger wird, denke ich, mal ein Knaller geben. Da drüben. Licht. Wir haben es geschafft. Wir sind da, Hugo. Nein, lauf mich los. Hugo, lauf mich los. Dein Gäste sind in Ruhe. Gerade so entkommen. Oder doch nicht? Wir werden sie. Geschafft. 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 Amicia. Ich will zu Mama. Sie soll nicht mehr tot sein. Hugo. Sie soll zurückkommen. Tja, wenn es nur so einfach wäre. Wenn es, was heißt einfach, wenn es gehen würde. Der Lehrling. Kapitel 4 schon. Tja, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein. Das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Oh, da hätte ich auch Angst. Ich hatte mal, wir hatten mal in unserer Wohnung damals. Da oben. Eine Ratte. Eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Ja klar. Das Ding ist halt nur, wir wohnten damals, also als Kind, wohnten wir im vierten Stock. Wir wohnten im vierten Stock. Und trotzdem war da einfach eine scheiß Ratte auf der, äh, also ich bin in die Küche gegangen. Und dann auf der, wie heißt das nochmal hier, wo du abwaschen tust, wo du Wasser, wie heißt die, Spüle. Ey, da Spüle, auf der Spüle plötzlich. Die gucken mich so an, Alter, ich mache Licht an, die gucken mich an und rennen um ihr Leben, Alter. Ich habe mich so erschreckt, ich habe mich so erschreckt von dieser Ratte. Und dann haben wir halt gesehen, dass in der Wand, wir hatten dann so eine Müllschlucke in dem Haus, war so eine Müllschlucke auf dem Außenbalkon quasi. Du musstest nicht da unten laufen oder sowas. Du hattest einen Müllschlucke, ähm, auf dem Außenbalkon, wo denn das, ähm, wie heißt das nochmal, das Treppenhaus drin ist. Hey, Ugo, wo willst du denn hin? Und da hat die sich irgendwie durch den Müllschlucke, durch die Wand, durch, durchgefrennt, irgendwie sowas. Da, Luftblasen, sieh mal die Blasen. Ganz krank. Ja, Ugo. Was ist das? Könnte ein Fisch sein oder ein Frosch. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt keine Zeit für sowas. Komm schon. Wahrscheinlich ein Frosch. Aber ich habe noch nie einen echten Frosch gesehen. Da wirst du auch gerne echten Frosch sehen in der, in der Gülle dort. Freunde, auf jeden Fall, ey, hier, wenn ihr noch nicht, äh, ein Abo da gelassen habt und die Glocke aktiviert, macht das unbedingt. Das Zeug, der drin sieht komisch aus. Ja, lassen wir lieber die Finger davon. Ja, lieber Finger weg. Jemand kam her, um ein Buch zu lesen. Blut. Was ist passiert? Ich weiß es nicht, aber sicherlich nichts Gutes. Vielleicht, vielleicht sind die Ratten gekommen. Hm, vielleicht. Ja, wie gesagt, abonnieren, Glocke aktivieren vorne, weil die nächsten Monate, es kommen echt geile Games raus. Es kommen echt geile Games noch dieses Jahr raus, wenn Glocke es kommt. Tommy ist ja da. Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Das hast du verdient, du Schwein. Das hast du verdient, du Schwein. Du dreckiges. Wie haben die das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Wir wenden Metallobjekte in der Umgebung, um Gegner abzulegen. Okay. Das ist ein komisches Geräusch. Das ist ein komisches Geräusch. Ich sollte mal nachsehen. Dann guck doch mal nach. Genau, wenn du zurückläufst, hau mal ab. Ist die Frage nur, müssen wir da die Straße hinlegen oder hier rechts rein direkt? Nee. Komm, lauf zurück. Hä? Ach nichts. Das ist zum Beispiel eine Sache, die muss unbedingt verbessert werden aus meiner Sicht. Die muss unbedingt im nächsten Teil verbessert werden. Das Stealthen. Das Stealthen muss unbedingt verbessert werden. Amicia, guck mal. Diese Brücke, da führt zum Bauernhof. Ich mein, klar... Was für eine Zeitverschwendung. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Ich mein, klar ist es jetzt nicht so, dass Amicia plötzlich hier Sam Fisher und Solid Snake ist. Ich hab doch die... Hä? Ich hab doch die Vase aufgenommen gerade. Na, jetzt. Das war natürlich doof. Das hab ich nicht gesehen, dass der andere auf... Lauf, 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 lauf. Das hab ich nicht gesehen, dass der andere... Okay, das geht easy, klar. Uh, da ist ne Kiste. Oh Gott. Schnell weg, schnell weg. Hä? Was ist das? Oh Gott. Geht das? Wir sitzen fest. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Uh, Junge, das war echt Glück jetzt. Was war denn das? Geh doch mal gucken. Los, na gut. Ja, wie gesagt, ist natürlich klar, dass sie jetzt kein Profis ist oder sowas, aber spielerisch hatte ich beim ersten Durchgang. Nichts zu berichten. Und hier und da ein paar... Ja, jetzt ich. Ein paar Abfucks, sag ich mal. Das ist natürlich... Was macht der denn jetzt? Jetzt sind der, die Schaufel? Okay. Meine Hunde ab. Dreht sich einer um? Dreht sich einer um? Nee, okay. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Werkzeug. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ich hab da drüben was gehört. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nikolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Vorwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem fünfjährigen Jungen. Ugo de Rune, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Schhh. Der Hauptmann der Propone Garde will ihn leben. Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nikolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen auf... Vorsicht, da ist eine Wache. Ja. Das hast du gut, äh, gesehen. Kleiner Ugo. Kleiner Ugo. Vor allem reden die von mir. Du musst doch wissen, wie du heißt. Rudi. Hm. Nee, das haben wir nicht bekommen. Ah, der läuft zurück. Okay, gut. Komm, 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 komm. Komm, komm. Die bleiben da oben. Sehr gut. Das ist schon mal ganz gut, dass wir jetzt ein Werkzeug haben. Komm, komm, lauf. Mensch, lauf doch. Nicht in seinem Sichtbereich. Wollen wir das schnell mitnehmen? Das nehmen wir mit. Ach Gott. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Ey, das ist natürlich auch sehr simpel. Das ist ja ganz klar. Aber da ist noch Luft nach oben, finde ich. Da ist auf jeden Fall... Das ist so eine Sache, da ist noch Luft nach oben. Allgemeines Gameplay. Allgemeines Gameplay im kompletten Spiel. Da ist auch wie von Luft nach oben, aber... Sonst Atmosphäre... Äh, warte. Na, nimm das. Hauptsache, erst mal die Schleuder investieren. Nicht schlecht. Allgemeine Atmosphäre, Story, Charaktere und so. Optik für so ein Game ist auch top gewesen, finde ich. Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun? Werden sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen. Verstanden? Verstanden. So sieht es aus. Gehen wir nur, so ist es nicht. Ugo, 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 wo bist du? Ugo, das ist nicht lustig. Buh. Ugo. Habe ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Ugo. Sollen sie dich schnappen? Mach das bloß nie wieder. Na schön. Es ist halt ein Kind. Das ist halt so, das ist jetzt zum Beispiel eine Situation gewesen, wo du dir normalerweise eigentlich an den Kopf fährst. Aber es ist halt damit geregelt, dass du einfach sagst, es ist ein Kind. Wir haben gesehen, also das Kind hat gesehen, wie Leute umgebracht werden, abgestockt werden, wie seine Eltern gestorben sind. Oder er hat es zumindest gehört, hat es nicht direkt gesehen. Sie sind hier. Aber trotzdem rennt er weg. Obwohl das normalerweise verstehen müsste. Dementsprechend könnte man natürlich, wenn man wirklich jetzt ganz streng ist, dann sagen, das ist schon ein totaler Quatsch, was er gerade gemacht hat. Jungen, warum haben die so dicke Klöten, Alter? Was ist denn hier los, meine Damen und Herren? Wir müssen mal wieder richtig... Hast recht. Hab Vertrauen, Bruder. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Wir müssen mal wieder richtig Bunga Bunga machen, wahrscheinlich. Schnicki Schnacki. Kleine Kiste, Kleine Kiste, so. Oh. Aber jetzt mal ernst, warum hat jedes Schwenk... Oh. Was war so dumm von mir? Oh, sie sind überall. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Oh, die Kiste, die Kiste, die Kiste, die will ich... Oh, da steht ja einer. Oh, shit. Was soll dieser ganze Ler? Na gut. Niemand hier. Oh, 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 schnell, 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 oh. Jetzt hat er sich umgedreht. Oder dreht sich um. Oh, okay. Hier gibt's bestimmt noch irgendwo was einzusammeln. Ich, äh, ja, aber... Keine Ahnung. Ich will's jetzt nicht riskieren, ne? Ich bin froh, wenn ich hier durchkomme. So, den warten wir noch mal ganz kurz ab, bis er vorbeigelascht ist. Hey, einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Hey, gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb met man es auch den Biss. Äh, dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Wo sind die, die jetzt geredet haben? Oh, oh. Ob ich das noch schaffe? Junge, das ist... Ey, das war mehr Glück als Verstand. Schnell weg, 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 weg. Mehr Glück als Verstand vorne. Junge, 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 Junge. Oh, kommt der? Nee, 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 nee. Nein, da war auch nichts. Nein, klar. Okay, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, die kommen hergelaufen. Wenn die weglaufen, dann gehen wir da rüber in das Gras. Das war wirklich jetzt mehr Glück als Verstand. Aber ich habe es geschafft. Was wollt ihr von mir, Mann? Was wollt ihr von mir? Ich finde es aber auch cool, dass es zumindest so aussieht. Und es wird wahrscheinlich auch so sein. Hat man ja auch schon Berichte gelesen, gesehen und so. Gameplay. Dass man im nächsten Teil auch mehr Optionen hat, sich da zu wehren mit der Ambrus und so. Weil, wenn hier die Action losgeht mit deiner Steinschleuder, Junge, da bricht Panik aus, auf jeden Fall. Und eine Steinschleuder ist halt eine Steinschleuder und keine geile Ambrus. Da gibt es Unterschiede, da immer. Wenn wir jetzt hier rausgehen, dürfte er uns nicht sehen, oder? Wir riskieren es einfach. Komm, 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 komm. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Rückzug! Alle zurückziehen! Rückzug! Zug, was ist da los? Nichts Gutes, auf jeden Fall. Ugo! Wir können nicht anhalten. Nicht hier! Ich fühle mich seltsam. Halt durch! Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf! Er tut so weh! Ich... Ich weiß nicht, was ich tun soll, Ugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. So schöne Musik. So schöne Musik. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach nichts. Ja, auch hart für Amicia. Das ist auch hart. Laurentius Mühle, wir sind fast da. Wird er mich auch einsperren? Wie Mama? Er bringt dich in Sicherheit. Ja gut, hier draußen ist es wirklich gefährlich. Aber manchmal ist es auch ganz in Ordnung. Eines Tages wird es dir besser gehen. Sind die Tiere da tot? Was ist hier nur passiert? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Komm lieber wieder runter, Ugo. Guckt euch das an. Äh, es läuft mir in die Schuhe. Das darf doch nicht wahr sein. Zieht euch das rein, Ugo. Komm, 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 komm. Renn, renn, renn. Und jetzt zur... Der Fackel da oben. Oh nein! Wenn es nackt wird, kommen sie raus. Alles ist gut, daran, wir ihn nicht zu verhaken. Wir brauchen Feuer. Wir müssen hier raus. Anicia, da oben ist Feuer. Oh, 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 oh. Komm. Die Fackel sind schnell verhaken. Komm schon, schnell auf. Huch, kein Problem. Ich hebe dich hoch. Hoch mit dir. Kleiner Ugo. Kleiner Ugo. Zieht euch das rein. Das war knapp. Das ist so krass, oder? Dieser Schlamm. Da kommen wir nie durch. Und tschüss. Ach, mein Gott. Sind sie wirklich... ...alle tot? Sie wurden abgeschlachtet. Wahrscheinlich von der Inquisition. Ich glaub, mir wird schlecht. Jetzt erst? Mir ist schon schlecht vom Zug holen, alleine. Schön die Kisse mit dem Volk. Haben oder nicht haben. Gehen wir. Hier. So ekelhaft. Auch Pferde mit dabei. Alles, alles. Der ganze kleine Bauernhof. Von Old MacDonald. Alles weg. Ähm. Ja, so. Los. Nochmal. Ey, wie der Controller vibriere. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass es eigentlich nur ein Nextion Update ist und es gar nicht ursprünglich rausgekommen ist, finde ich echt gut. Also, optisch finde ich es gut, aber auch die Features, ja? Das ist ja hier und da schon mal hier an wehen, dass ich nicht der allergrößte Fan bin von der Controller-Funktion oftmals bei Spielen. Also, der Controller selbst, der PS5-Controller selbst, ist mega geil. Das ist ganz klar. Aber für mich persönlich ist es oftmals irgendwie nur so, ja, so ein Gimmick bei Spielen, aber hier fühlt sich das echt gut an. Das ist irgendwie so, wie das Touchpad von der PS4. Ja, also, dass das damals sagt, das ist ja auch, ey, was kannst du daraus machen? Wie viel wurde daraus gemacht? Ich will nicht viel an, also, in den meisten Spielen. Warum haben sie die Schweine getötet? Vielleicht, um die Ratten hier zu halten. Der ist so schwer. Ich, ich nicht reden, schieben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Sch, Hugo. Aber... Was ist, wenn es nicht Laurentius ist? Hast du das bedacht? Tut mir leid. Offensichtlich nicht, weil er ein kleiner, dummer Junge ist. Aber süß. Aber süß, muss man sagen. Ist das eine Windmühle? Was von ihr übrig ist. Wie schön. Es ist zu dunkel. Vielleicht ist da unten ein Monster. Verschlossen. Wir müssen da irgendwie rein. Oh, hallo. Oh, du lebst genau. Keine schöne Nacht, um draußen zu sein, wach? Tut mir leid, wegen deiner Freunde. Hat er ihnen auf die Klöten gestaust? Also, ach, wenn ich jetzt mal ernst bin, warum... ...war man jedes Schweinchen so richtig dickig... Ah ja, Alter, was soll das? So, warte mal, da ist die Scheune. Man weiß, dass es zu ist, aber man macht es trotzdem einfach mal so, weißt du? Einfach mal testen, checken. Und sei vorsichtig, ja? Ja. Gut. Ami, ist ja eine Blume. Hugo. Das ist kein guter Zeitpunkt, weißt du? Bitte. Na schön, geh schon. Das ist eine Ackelei. Sie sieht so traurig aus, weil sie den Kopf hängen lässt. Vielleicht fühlt sie sich bei uns nicht mehr so einsam. Ja, es ist nicht schön, allein zu sein. Na komm, gehen wir. Das ist doch schön, ey. Das ist ein schönes Ding. Okay. Äh, es riecht komisch. Alkohol von den Destillierapparaten. Ja, wir brauchen für alles immer ein Werkzeug, Mann. Ja, stimmt. Da ist jemand. Sehen wir mal nach. Alter. Äh. Der Bruder war auf jeden Fall oben, aber gab's hier noch was? Ne, nix zum Sammeln. Oh Mann. Freunde, 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 Freunde. Geil. Geil, 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 geil. Ich glaube, das ist jetzt, äh, ich glaube, das ist jetzt ganz frisch aus dem Game Pass raus. Sonst hätte ich euch das auf jeden Fall empfohlen, das einfach mal vielleicht selber zu zocken. Aber das gibt's auch günstig zu kaufen auf jeden Fall. Wer seid ihr? Magister Laurentius. Bleibt stehen. Erst ansteckend. Ah, Ugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Ich konnte nichts tun. Ich... Natürlich. Sie wollten ihn. Ein Übel, ein altes Übel fließt in den Adern eurer Familie, in ihrem Blut. Eure Mutter und ich versuchten, ihm Einhalt zu gebieten, aber seit dem großen Erwachen wächst es schneller. Du musst ihn beschützen, Amizia. Die Arbeit deiner Mutter fortsetzen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben dafür mit ihrem Leben bezahlt. Lass mich in Ruhe. Sie sind hier. Die Ratten sind gefährlich, aber chaotisch. Die Inquisition. Jedoch... Sie suchen den Jungen ohne Unterlass. Wir müssen verschwinden. Ihr müsst zum Chateau d'Aumrasch. Lukas, geh in die Scheune. Du musst das Egnifer vollenden. Spart eure Kräfte. Ich werde mich beweisen. Das mit euren Eltern tut mir leid, aber ihr seid nicht mehr allein. Wir müssen schnell sein. Helft mir mit dem Egnifer. Es schützt uns vor den Ratten. Komm, Ugo. Ich will, dass du mitkommst. Wilde Reaktion. Das Zeug ist in der Scheune. Los! Ja, ja, ich komm doch schon. Oh nein. Sie sind hineingelangt. Ich finde, ein Weg abzuholen. Alles gut, Kleine. Diese Zeichnung. Was soll das sein? Vitriol. Die Abkürzung der lateinischen Formel. Vista und bla bla bla. Das werde ich jetzt nicht vorlesen. Was so viel bedeutet wie. Betrachte, was im Inneren der Erde liegt. Indem du das dort vorgefundenen Läuterst, wirst du einen verborgenen Stein erhalten. Wirklich hin? Oh. So. Oh, die Schinken. Gute Idee. Aber sie fürchten sich vor dem Licht. Die Laternen. Schön in Ordnung. Los. So. Tut mir leid. Keine Sorge. Das war's. Ugo, nimm meine Hand. Nein. Na schön. Aber bleib in meiner Nähe. Ist bei euch alles in Ordnung? Du hast doch gesehen, was da passiert ist. Wir haben eine lange Reise hinter uns. Oh nein. Da sind sie wieder. Sie sind überall. Wir müssen zur Rückseite der Scheune. Aber wir können nicht ohne das Igne vergehen. Wie sollen wir... Hm. Wir brauchen Fleisch. Tod oder lebendig. Hiermit könnte es gehen. Verstehe. Ich helfe dir. Wir füttern es. Sowas in der Art. Oh Gott. So hart, ey. Das muss... Ach, Kinder, ey. Wenn wir doch alle noch so naiv sein können. Wir füttern es. Ich kann ein bisschen Futter essen. Das arme Schwänchen. So ist es gut. Es darf auf keinen Fall entkommen. Ich werde absperren. Tschüssi. Da ist deine Leiter auf der Seite. Kommt mit. Gehen wir. Ugo? Ugo. Hör zu. Schmoll ruhig. Aber bleib in meiner Nähe. Hepf. Hepf. Oh, das ist ja noch eine Kisse hier. Nice. Loot. Und noch ein Werkzeug. Geil. Sehr gut. Komm, hoch mit dir. So, okay. Das Licht. Ja. Ugo, sieh lieber dich hin. Warum? Ach, die Mädchen. Was war's hier? Gib mir leid, Ugo. Hör auf, sie fressen es. Es geht doch noch. Wir haben keine Wahl, Ugo. Wir müssen die Ratten loswerden. Das ist furchtbar. Du bist genau wie die anderen. Ugo. Es gab keinen anderen Weg. Es ist schon brutal, aber... Ich gehe zuerst. In Ordnung. Es geht nicht anders. Ugo, bitte verzeih uns. Kommt. Hier rüber. Ja, ja, warte mal ganz kurz. Armes Schweinchen. Oh, guck mal hier. Komplett zerfressen, ey. Wie so kleine Piranha-Ratten, ey. Passt auf, wo ihr hintretet. Das hier ist kein gewöhnliches Labor eines Arztes. Mein Meister ist vor allem ein großer Alchemist. Du heißt Amicia, oder? Ich bin Lukas. Ich würde dir gerne etwas zeigen. Aber dazu benötige ich Alkohol und Schwefel. Sie müssen hier irgendwo sein. Sag mir, wenn du sie gefunden hast. Ähm, na schön. Alkohol und Schwefel. Alkohol, Schwefel. Das ist alles. Hier, Lukas. Gut. Jetzt musst du sie vermischen. Langsam. Es ist nicht gefährlich. Na gut. Okay. So. Machen wir Ignefar. Entzündet Blut. So. Es ist... Oh. Raten. Oh nein. Nein. Wir sitzen fest. Nein. Das ist Ignefar, Amicia. Es ist Zeit. Ziele auf die Glut in der Mitte des Raums. Geht klar. Wow. Oh. Es macht Feuer. War ich das? Habe ich gerade Alchemie gemacht? Ja. Die Mischung war perfekt. Scheint so, als hättest du das von deiner Mutter. Weißt du was? Ich zeige dir, wie man andere Geschosse herstellt. Die werden dir nützlich sein. Das wäre toll. Vielen Dank. Ich habe meine Mischungen fertig. Wir sollten zurück zu Laurentius. Amicia? Ja? Kannst du vorausgehen? Na klar doch. Na klar doch. Also er hat seine Mische fertig. Gut zu wissen. Raten! Zurück! Das Ignefar! Wirf es in die Glut! Hoffentlich schlagen wir die Flammen nicht ins Gesicht. Ganz ruhig. Kletter hoch. So, hauen wir hier ab, App. Scheiß Stall. Der stinkt doch. Das sind ganz schön viele. Laurentius. Ich bahne uns den Weg. Kommt. Hier entlang. Ja. Gewiss. Ja. Gewiss. Los, komm. Lass mich. Hugo, hör mal. Wegen vorhin. Ich wollte dir nur sagen, dass es mir... Nein! Amicia! Die Waffen! Die Lichter sind aus. Nein! Nein! Meister! Lukas, warte! Der Stilierfrau. Wir müssen weg. Jetzt! Du bist da. Hey, halt! Wir brauchen dich! Sieh, das Pferd! Wir müssen hier weg. Hugo, Lukas! Lauf! Wir brauchen das Pferd! Sie sind überall! Lukas! Ich bin hier! Wohin führt dieser Weg? Lukas! Wohin führt er uns? Zu uns, zum Fluss! Hey, das ist so geil gemacht. Ihr Scheißratten. Wir sind uns singen! Wohin jetzt? Wohin? Da! Da drüben ist ein Boot. Gleich hinter der Pferde. Na dann los! Nein! Können wir da rein? Nee, ich glaube nicht, oder? Komm, 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 komm! Nein! Nein, nein! Lauf! Es passiert schon wieder! Komm! Komm! Komm schon! Oh, wie der Controller vibriert! Geil, Mann! Die Musik, wie die abgewacht ist, ist so nice, einfach. So nice gemacht, man hat das Game. Und das war auch schon Kapitel 4, Freunde. Die Beute der Raben. Das willst du nicht sein. Du willst nicht von einem Raben kaputtgepickt werden, dass du dir dein Auge rauslöffeln, quasi genüsslich, wie bei so einem Joghurt oder so, mit ihrem Schnabel. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Makula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Makula regte sich. In Ugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Makula gibt es weder gut noch böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein. Ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Ugo, wach auf. Komm, Ugo. Ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Chateau d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Ugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich bleibt das auch so. Ja, vielleicht hat er auch nur simuliert, weißt du, dass wir ihn tragen. Wer weiß, Freunde. Wer weiß das schon. Gut, hier endet das Ganze erstmal, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich hoffe, wir haben Bock auf mehr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das Ganze auch unterstützen würdet, wenn euch das gefällt. Aber das sollte sowieso eigentlich Ehrensache sein. Also danke an alle, die das tun. Wir hören uns. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.